Aber kannst du das auch im Spiel vorstellen? Schwierig. Ja, das ist ein Spiel. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und der Gerhard hat noch keine Version im Guide gespielt. Das ist Arsch. Nein, das ist nicht. Ja, okay, es ist nicht Arsch. Aber es sollte halt so ein bisschen eine... Muss man halt dann den Klick... Kann man dann eh machen. Ja.